Ich weiß, was wir machen müssen. Und zwar die Höhle. Oh nein, es ist nicht In-Game-Zeit, die abläuft. Oh nein. Oh nein, es ist Server-Zeit. Oh nein, ich wollte da rein! Ich hab hier extra gebaut! Okay, äh, hallo? Ähm. Die Wölfe haben ähnliche FPS-Zeilen wie bei Pokémon. Gut, ähm. Man wird bestraft, wenn man in seinem eigenen Tempo spielt. Ich brauch noch einen Woollipop. Stimmt, wir haben Bronn-Cherry gefangen. Aui! Achso, nein, Kuh! Hä, wo ist das? Oh nein, es ist Todi-Penner! Habe ich keine? Hä, ich kann nicht umschalten, warum nicht? Oh, ich hab keine mehr. Oh nein. Zwei FPS mehr, Sophie, mein Daumen. Ja, das kann sein, kann sein. Hä? Achso, das ist mein Bristler. Okay, was wollte... Kannst du mal bitte weggehen, danke. Was wollte ich machen? Ach, depress, was du siehst. Also, ich wollte eigentlich in die Höhle. Die ist jetzt natürlich weg. Das ist blöd. Okay, gehen wir mal kurz, äh, 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 da. C, Schnellreise. King Pucker. Wir müssen... Ja, chill it. Wir machen gleich mal Bossies. Ich hoffe, dir geht's gut, Kitsi, hier. Ähm, ich würde jetzt einmal meine... Rüstung reparieren. Meine Ohren reparieren. Hier alles reparieren. Was... Was tut es? Hör auf, so kloppen! Hä, Dinossom, du hast doch da hinten dein Lager. Gut, mach halt alles im Erdboden gleich. Ist schon in Ordnung. Ähm, dann... Wo sind... Da ist meine Sphärenbank. Wir brauchen Paldium. Ich muss erstmal wieder kurz reinkommen und dann suchen wir uns eine Höhle, in die wir gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Vorbildliche Mitarbeiter, auf jeden Fall. Die wissen, dass sonst die Todesstrafe auf sie lauert. Nicht wahr, Chibi... 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 Okay, und dann... Das würde ich abbauen. Weil das brauchen wir für die guten Sphären. Weil wir sind ja in einem neuen Gebiet. Das heißt, wir brauchen jetzt ganz viele neue Sphären. Und müssen aber auch irgendwie ein bisschen leveln. Und wir haben jetzt Alpaka weg. Melpaka, Entschuldigung. Und haben jetzt ein neues... Ja, Chibi... Was denn? Warum lacht ihr? Kommt es auch ein paar... Ja, wir müssen noch erstmal gucken. Erstmal müssen wir noch gucken. Erstmal brauchen wir Sachen, wo ich sage, dass das passt. Und ich weiß auch noch gar nicht, welche Pals also... wichtig sind. Das war klar. Das habe ich gesehen. Das war Burma. Das war Lorca, weil Lorca immer was Positives über das gesagt hat. Ich weiß gerade nicht mehr. Fox... Foxy? Fuchsi? Dass Fuchsi gesagt hat. Ich lache, weil die anderen gelacht haben. Ah ja. Gute Ausrede. Gute Ausrede. Erstmal müssen wir gucken. Ich kenne die Pals noch nicht. Ich kann die noch nicht zuordnen. Äh, warte. Wie war das nochmal? Ach genau, mit der 3. Kannst du mal bitte deinen Schwanz aus mir nehmen? Danke. Trag mich. Ich bin voll. Das sieht so dumm aus. Komm doch. Wie dumm das aussieht. Egal. Dankeschön. Hallo. Tschüss. 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 Oh, ich gehe jetzt heute schon schießen. Äh, okay. Äh, äh. Schnell auffüllen. Drachentechnikfrucht. Drachenkanone. Eine Drachenkanone. Warte mal. Also mein Team, ne? Broncheri. Broncheri, du. Bist du ein Drache? Ne, du bist nur Gras. Wie kann ich denn die, die Palmon weiter, äh, die Pals-Pals weitermachen? Du bist aber Drache, ne? Ja. Wir haben Drachenwelle. Drachenfuge. Genau. Genau. Klippi, also momentan würde ich dich tatsächlich bei ihm sehen. Also schnell auffüllen haben wir. Also schnell auffüllen haben wir. Tomatensamen. Oh, Weizensaat. Das heißt, ich kann ein Weizending machen. Wartet. Oh stimmt, wir haben Eier. Äh, also wir wollen Eier. Also wir wollen brüten. Wir wollen brüten. Ich hab das aber abgerissen, ne? Wartet, da müsste ich aber... Wartet, wartet. Brutkasten. Ich mach das einfach hier hin. Da hinten war es mir zu doof. Oh, dankeschön. Der Eierkopf steht ja nicht mit dir. Weil ich den ja umsetzen wollte. Aber ich dann mitgekriegt hab, wie schwer es eigentlich ist, nochmal ein komplett neues Lager aufzubauen. Und mir das momentan noch ein bisschen zu doof war. Hatte ich nicht ein gutes Ei noch? Düsteres Ei, gefrorenes Ei. Gewöhnliches Ei. Nee. Nee. Hm. Ich hab zwei düstere, also packe ich ein düsteres da rein. Oh, scheiß Eier, ey. Fünf Minuten. Das geht ja. Warte, aber die Eier... Ich packe die wirklich mal um. Ich park die um, besser gesagt. Äh, Bronchherrifleisch. Drachentechnikfrucht. Elektrotechnikfrucht. Elektrotechnikfrucht. Hallo? So. Die Sachen kann ich ja zerstören. Schießpulver packe ich auch einfach mal da rein. Armbrusbauplan 1. Entschuldigung, Leute. Ich müsste mal hier dran. Danke. Warte, die konnte ich doch einfach... zerstören. Oh, Zuckerwatte. Stimmt. Und... Bauplan. Die Schlüssel behalte ich. Feuertrüse. Feuertrüse. Und... Was tut ihr denn da? Oh, die sind immer alle buggy. Immer sind sie alle buggy. Okay, Pingumon. Hier, ihr dürft wieder. Bitte schön. Ich weiß aber nicht. Hier, warum haben sie sich da aufgehangen? Oh nein, er klemmt schon wieder. An mir. Die haben sich aneinander festgehalten. Oh, wartet. Äh, wo waren wir bei? Waren wir hier da unten? Ja, ne? Warum sind die da drüben? Ruhe da drüben! Okay. Gehen wir kurz schlafen. Auf unserem Niveau. Ja. Aber da müsste ich ja ganz oben sein. Da müsste ich ja meine Kamera nach oben aus dem Bild schieben. Damit ich auf euer Niveau komme. So, Rezept wählen. Broncherry-Bratkeule. Sehr schön. Ich habe eine Idee. Lorca, hilf mal. Oh. Der falsche Lorca kam schon an. Genau, mach du das einfach mal. In der Zeit gucke ich, dass ich ein Weizenfeld hinkriege. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Boah, es ist riesig. Hä, wie mache ich das, dass das nicht blöd aussieht? Ich packe es hier hin. Oh, sweet. So sweet. Gut, macht ihr mal. Ihr macht das sehr toll. Ist schon fertig. Sehr gut. Dann kann ich dir jetzt das nächste Rezept reingeben. Nämlich Mozzarina-Steak. Bitteschön. Also, ich mag es gern medium-rare, ja? Lieber ein bisschen zu rare als zu medium, ja? Danke. Hilfe, Zan. Schwarz-Große sind die ganzen Vitamine. Röster-Arom sind wichtig. Du kannst deine Pallbox verbessern. Oh, wartet, wartet. Bauwaffenwerk. Hätte ich mir, ich glaube, ich hätte mir mein Leben so viel einfacher machen können, indem ich hier einfach weitergemacht hätte. Ähm, naja, hm. So lernt man dazu, nicht wahr? Was kannst du denn alles? Ich glaube, Tansi muss hier rein. Macht ihr das schön? Ich gieße mal kurz mit, weil ich... Ach ja, dann können wir... Ach, ne, Mühle habe ich schon gebaut. Genau. So, jetzt wächst es. Äh, genau, Bett. Wusste, es war was? Also langsam wird es hier, aber... Ich baue mal draußen. Für die Großen. Dass die alle Betten brauchen. Ich würde gerne einfach ein Riesenbett machen und alle legen sich auf den Haufen. Das wäre schön. Sehr gut gemacht. Sehr angenehm. Oh, schön. Ihr habt dem alles gut gemacht. Mach jetzt. Okay, wir brüten. Wartet, wartet. Daydream oder so. Ach, war klar. Och, Manno. Naja. Gucken wir mal, nicht wahr? Wo war das Bunga-Bunga-Ding? Habe ich das noch nicht freigeschaltet? Ich glaube, ich habe es noch nicht freigeschaltet. Egal. Was ich machen wollte, war... Die Waffelwerkbank. Wartet. Da müssen wir aber erstmal hier Technologien gucken. Die Waffelwerkbank. Äh. Oh, süß. Ach, das war das Gleiter-Ding. Oh, ich muss niesen. Ich habe keine Lust. Ich muss aber... Ui. Dankeschön. Übungs-Name-Metallschwer-Armbust. Ich habe es gleich. Genau, der Nightwing-Sattel, den hätte ich auch gern. Nightwing-Duck und so. Mega-Schild. Antikes Bauteil. Ich brauche echt mehr antike Bauteile. Eiskühler. Lager kühl und schützt verhitze. Steinbauset. Ja! Endlich. Mega-Gleiter. Shit happens. Zement. Zuchtfarm. Da ist sie doch. Äh. Waffel-Werkbank. Da ist sie ja. Ein Grundscherri-Sattel. Leute, wir müssen ein bisschen... Also... Also wir brauchen jetzt... Also... Ne? Hier. Einmal alles, bitte. Zwei, eins. Risiko. Äh... Metallwaren. Ich brauche so viel Metall. Kann man ein Metall-Abbau-Ding machen? Oh, das ist so viel Zeug. Es ist so viel Zeug. Käfig zum Ausstellen gefangener Pelz. Okay. Klingt nett. Klingt echt nett. Oder so. Gigasphäre. Ich lerne die auch mal. Okay. Ähm. Ich mache den Eisenabbauer. Und dann... Und dann... mit der... Also gegen die Viecher kämpfen. Och, Ketiva kommt seiner Arbeit nicht nach. Wie oft noch? Ist immer das Gleiche. Das ist nur so Höhle jetzt. Stimmt, die wollte ich auch bauen. Danke. Ist so viel auf einmal. Ich brauche jemanden, der mitschreibt. Ich brauche jemanden, so einen Mitspieler, der nicht mitspielt, sondern einfach nur... Also als nächstes auf dem Tagesplan war das und das. Ich brauche immer nur sowas. Okay. Nee, wir brauchen keinen Kuchen, wir brauchen Torte. Das sind unterschiedliche Dinge, ja? Also da... Also da... Da bestehe ich drauf. Äh... Angefangen hat es mit Bossen machen. Also Kissen geguckt, Sachen gebaut, Sachen abgebaut und neue Sachen zu bauen. Das übliche. Ah ja. Na dann. Das ist ja nichts Schlimmes. Ruhe! Och, die hängen schon... Was ist denn euer Problem? Wartet mal, ich versuche mal was. Wenn ich euch jetzt hier eine Treppe baue, ja? Ich weiß zwar nicht, was es bringen soll. Geht es jetzt besser? Hä? Jetzt ist er weg. Wo hängt ihr denn, Leute? Hä? Okay. Ähm... Ähm... Äh... Hier. Zuchtfarm. Brauch Fasern. Das heißt, ich muss Bäume fällen. Hey, ist der Hammer. Ja, manchmal sind sie seltsam. Manchmal machen sie Dinge und ich verstehe sie nicht. Also und nicht mal nur die Dinge verstehe ich nicht, sondern warum sie die Dinge tun. Verstehe ich auch nicht. Mit dem nächsten Update viel besser werden, okay. Also es ist schön, dass sie dran arbeiten. Also generell am Spiel. Jetzt nicht nur daran. Weil es war es nicht schon voll oft so, dass solche überhypten Spiele, dass die Leute, also die Entwickler dann einfach gesagt haben, hier, spielt einfach. Ihr findet es eh geil. Kein Bock daran weiterzuarbeiten. Wir machen lieber das nächste. Wir haben schon die Kuh gemolken und ausgeschlachtet, wie es ging. Das gefühlt leider bei sehr vielen Spielen so. Okay, also. Ich habe immer noch nicht genug Fasern. Oh Gott. Das ist gar kein Problem. Ich nehme einfach das Zeug. Schon okay. Gut, der Before hatte da noch ganz andere Probleme. Ich bin halt so lustig. Wenn, wenn, wenn so Pokémon und sonst was mit Power World gleichgesetzt wird, was mit Digimon. Also, ich meine nur, also. Ist nicht so, dass es, also, Pokémon das einzige wäre mit so, so komischen Viechern. Digimon hat auch komische Viecher. Oh, können wir. Die läuft so komisch. Als ob sie irgendwie, also Kaka in der Buchse hat. Wenn die überladen ist. Okay. Wäre auch nicht das erste. Deswegen, also es gibt... Oh mein Gott. Okay. Ähm. 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 Ich versuche mal was. Reiten. Wir reisen mal ganz kurz. Reisen mal kurz ins andere Lager. Und, also, wenn man nicht so viel dafür braucht, sondern wirklich nur Palms reinmachen muss. Dass man dann, also vielleicht, dass man mal ein Sucht-Ding nimmt. Ich bin genau... Äh. Sehr gut baut. Oh, sie geht freiwillig rein. Die Wulipop. Die Wulipop will poppen. Äh. Was so witzig wäre, wenn du wirklich, also, verschieden querzüchten könntest. Aber, gut. Also, zwei Pilgrimings brauchen einen Platz scheinbar. Oh. Okay. Ich weiß gar nicht. Warum mache ich das? Warum? Was für Überfall? Immer hier! Okay, Leute. Obwohl, nimm's mir nicht übel. Aber ich würd gern Bronchherry. Bronchherry! Wo kommen sie denn? Ach, da. Hä? Ne, hier. Hä? Wo? Die laufen im Kreis. Kommen sie wieder von da, wo sie davor kam? Ach, da. Da unten. Äh, das sind aber viele. Okay, gar kein Problem. Bronchherry, mach du mal. Ich baue so lange ab, ja? Ja? Kannst du bitte... Hier! Ach so, äh, warte mal. Ich hab gar nicht die Schmerzacken. Na also. Mach die fertig. Du schaffst das. Ja. Level 15 und 17. Meine Güte. Die schaffen das doch alle, oder? Ich mein, die sind fast tot, oder? Was wir auch nochmal machen müssen... Ist... Ähm... Bei dem Typen vorbeigucken, ob der uns immer noch hasst. Hallo? Was bin ich denn jetzt? Oh. Ja, wo ist er denn? Komm. Hey, ich wollte... Was ist das denn? Haben wir dann... Oh Gott, ich bin schon überladen. Hört auf mich noch weiter zu überladen. Ihr braucht Essen. Haben wir keinen Futtertruck? Wir haben noch gar keinen Futtertruck. Das ist aber blöd. Leute, ihr kriegt Essen sofort. Ich muss nur irgendwie hier hinschleichen. Hier. Da kommen sie gleich alle an, weil sie genau wissen, dass jetzt Futterzeit ist. Klar. Hier, bitteschön. Gut. Und das war erstaunlich unspektakulär. Warte, ich kann hier ja jetzt auch noch einen rein, ne? Äh, wir nehmen wahr. Ja. Ja, so ein Hirsch. Der kann Holz. Sehr gut. Also, wir waren hier, bevor wir so rüde unterbrochen wurden. Zuchtbarm. Was muss da rein? Paarung ausgesetzt. Kommen da Eier rein? Torte rein? Hm. Hm, naja. Das haben wir auf jeden Fall jetzt gebaut. Dann... Okay. Ruhe da hinten! Dann gehen wir jetzt wieder ins alte Lager. Kirsch, Hirsch. Oh Gott, Kirsch, Hirsch wäre schön. Ich muss kurz Nase putzen. So, also. Jetzt haben wir, ja? Jetzt haben wir... Warte, hier wollte ich nach der Torte gucken. Oh! Erstmal ausprobieren. Entschuldigung. Kommen da die Eier vielleicht rein? Ein Chilet. Hatten wir überhaupt schon ein Chilet? Ne, ne? Das ist neu, oder nicht? Zeig mal... Zeig Chilet. Oh Gott, was ist denn mit dir los? Ein halt anderer Pingu. Aber warte, ich wollte den angucken. Boah! Oh süß! Was komisch! Oh Gott! Was warst du denn? Was bist du denn? Was kannst du denn? Es ist ein Blatt und Eis. Also ich würde erst noch ein Pinoo nehmen, ja? Okay. Wie sieht es in meinem Inventar aus? Nicht so gut, weil alles voll. Sehr schön. Haben wir nur zwei Kisten gehabt, ja? Okay. Wir haben eine Gigasphäre. Wow. Und jetzt Max. Ausgehungert. Oh Gott, ich habe Hunger. Oh. 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 Oh, Leute. Ihr habt mir nicht Bescheid gesagt. Ich bin sehr enttäuscht von euch. Wir müssen in eine Höhle, damit wir die Paldium-Dinger wieder kriegen. Aber um mir in eine Höhle zu geben, brauche ich erst mal Paldium, damit ich Sphären kriege. Der Struggle. Oh. Upsi. Hupsala. Wofür habe ich so viel Metall nochmal gewollt? Da war irgendwas, was ich unbedingt... Ach, der Sattel von Roncherry. Ja. Hm. Hm. Das ist schwierig. Waffenwerkbank. Ja, aber die war eher so... Oh, cool. Ich glaube, der Sattel hatte Prio. Ich bin mir aber auch echt nicht mehr sicher. Ich muss einfach alles machen. Habe ich hier überhaupt... Ich habe noch nicht mal ein neues hier reingetan. Nimm mein Ei. Sehr angenehm. Sehr schön. Ähm... Hm. Oh, nee. Also... Ich weiß, es ist fast nur noch mit der Megasphäre zu fangen. Aber wir machen mal... ...lieber so. Das ist okay. Du... Häng. Häng. Äh. 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 Vor allem, weil wir jetzt das Ding besiegen brauchen... Ich brauche Paldium. Verdammte... Ach so. Stimmt ja. Wartet. Hier. Ja, gar kein Stress. Let's go... Oh. Ich habe das gerade so feinsäuberlich gemacht, ja? Ach, machen wir... Na, Mann! Ich will immer da auf Beginn drücken. Höh. Okay. So. Gut. Habe ich komplett vergessen, dass das ja geht. Okay. Dann. Hm. Mh. Hm. 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 Fasern sind halt immer zu wenig bei mir, ne? Ah, danke, Lörker. Danke, Lörker. Das... Also, was... Was hätte ich nur ohne diese Aussage getan? Dankeschön. Sehr freundlich. Sieht aus, als ob ich gekackt hätte. Oh. Jetzt nicht mehr, natürlich. Äh. Entschuldigung, Sir. Was machen Sie da? Der stalkt mir zu sehr. Den fangen wir deswegen. Und dann wenigstens... Danke. Sehr freundlich. Seht ihr, und das meine ich, die normalen Sphären bringen halt gar nichts mehr. Ja. Hm. Was ist denn jetzt los? Hä? Was hast du denn... Was hast du denn jetzt gegen das Huhn? Ups. Welche Blume ist die schönste? Hau nicht auf mich, jetzt macht das unter euch aus. Ich wollte es nicht fangen. Nee, alles gut. Es ist in Ordnung, dass ihr es getötet habt. Alles gut. Ja, warte mal. Ja, ne? Cute Bunny Girl. Ja, ja. Hallo, Sascha. Okay. Ähm. Was wollte ich machen? Ich habe es vergessen. Wir gehen schlafen. Ja, das ist doof. Hm. Das ist jetzt blöd, dass meine Höhle weg ist. Aber die Readings sind wieder. Oder die kommen wieder. Wie viel davon haben wir jetzt? 13. Mach mal hinne. Dann zur Mühle. Ich brauche mehr Wasser. Okay, dann. Wir haben... Boah, das ist so viel. Okay, wir haben die Mühle. Und dann haben wir Mehl. Und aus dem Mehl können wir bestimmt Essen machen. Richtig? Ja? Verdammt. Okay. Äh, die Sphäre. Die Sphären. Dann. Ähm. Machen wir die Sphären. Ich müsste eigentlich mal auf Metall-Erd-Wanderung gehen. Eigentlich müsste ich das mal machen. Aber wo? Ich sollte es einfach immer... Aber das wiegt auch so viel. Mann, das ist alles so... Mann. Ich brauche... Ich brauche... Leute, die mir alles schleppen. Verdammt. Eine Teilbare. Das heißt, ich kann das auch jetzt verbessern. Hallo, Kuichi. So. Hui. Okay. Ich habe mein Schlachtmesser gar nicht ausgerüstet. Alles ist gut, Kleines. Oh, stimmt. Was wir noch brauchen, ist der Entsafter. Den Brutkasten haben wir. Kleiner Futterbeutel. Den bräuchte ich wirklich. Ganz ehrlich, den bräuchte ich wirklich. Endhakenpistole. Das wäre auch schön. Pallentsafter. Den brauche ich. Ich nehme mal den Futterbeutel. Ich stelle den Autofutterbeutel hin. Äh, da. Äh, her. Es braucht den. Aber ist der auch für mich füttern? Mal wieder entsaften. Wäre schön, ne? Der ist auch für mich, oder? Äh, wo ist der? Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Wo ist der? Ah, hier. Autofütterungs... Ah, hier. Bären. Heißt das, wir haben nie wieder Hunger? Nie wieder, nie wieder Sorgen machen? Wirklich? Das wäre schön. Okay. Wie viele Sphären haben wir? 19 und 10. Oh, wir haben hier ja... Oh mein Gott, warum... Die Giga-Sphäre tue ich aber da rein. Die will ich noch nicht benutzen. Ähm... Ich packe das trotzdem erstmal da hin. Boah, schön. Mozzarella-Steak. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Schon besser. Ja, ja, definitiv. Ähm... Daedrin war klar. Und jetzt kriegst du das noch. Und dann gehen wir jetzt... Äh... Natürlich mit Schnellreise... Hier hin. Zu Chillit. Das ist Level 11, das schaffen wir ja wohl. Ich weiß nur nicht, wie ich das schaffe, dass ich es nicht töte. Vielleicht tötet es mich einfach trotzdem. Also, nee. So. Ach nee, das haben wir ja noch gar nicht. Jetzt so. Die Nossom, ich möchte bitte... Also... Danke. Wo ist denn Chillit? Warte, wie komme ich denn? Doch, da lang, ne? Ja, da lang. Fudler. In der Zeit können die dann mal weiterarbeiten. Dann haben wir vielleicht auch wieder mehr zu... Ernsthaft jetzt? Ernsthaft jetzt? Ähm... 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 Warte... Ähm... Ähm... Was konnte das nochmal? Irgendeins konnte doch Sachen abbauen. Es wird manchmal Goldmünzen ausgraben. Setz das auf eine Viehfarm und es wird manchmal Gold... Böhmer, du kommst auf eine Viehfarm. Na, wie vermerkt werden ja... Es tut mir leid, Böhmer, aber also... Böhmer, einfach Gold, Digga. Ja. Böhmer, du findest Gold. Wir werden reich. Du musst Opfer für die ganzen... Also für die Gruppe bringen. Überleg mal, ich krieg noch einen Hasenpuschel an den Hintern. Zu meinen Ohren. Das ist teuer. Weißt du? Du musst schon helfen. Oder vielleicht Katzenohren. Okay. Die Gold suchende Senfkasse. So, nur Senf. Okay, warte, wo sind wir? Okay. Eigentlich einfach nach da. Richtig? Richtig. Ah, da ist es ja schon. Oh, süßi. Okay, warte, wir töten erst mal die anderen. Hey. Damit die nicht in den Weg kommen. Oh. Danke. Ähm. Guten Flug. So. Hä? Chillet? Kumpel? 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 Hey. Unhöflich. Entschuldigung. Chillet. Wollte doch an deiner Seite sein. Ja, das ist, also, wenn du genug Geld gefunden hast, dann darfst du wieder. Das klingt jetzt nach einkaufen. Wo ist es denn jetzt? Aus Versehen getötet durch Flächen? Ich glaube nicht. Ich glaube, also, glaube ich wirklich nicht, weil, weil, das war ja nicht da. Also, hoffe ich. Hallo? Hallo? Ach, da ist es ja. Oh. Hallo? Oh, das wollte ich gar nicht. Warte mal jetzt. Ich will dich fangen. Wiesentänzer. Na also. Erster Boss-Sieg. Oh, das war der erste Boss. Wir haben uns halt gelassen. Upsi. Wir sind noch ganz neu. Oh, Burma hat ein Level ab. Danke. Oh, ich hätte gerne noch so einen Elefanten. Einen Tiefhund, meine ich. Ja, du musst schon treffen. Er ist weiblich, der andere auch wahrscheinlich. Ich brauche noch ein Männchen. Ich weiß nicht, ob wir ein Männchen haben. Gibt es hier noch einen Tiefhund in männlich? Ich bin sexistisch. Können wir bitte ein Männlichen haben? Männchen. Nein? Okay. Danke. Für nichts. Oder so. Naja. Wo war denn der Tierzüchter nochmal? Oh, Bruncheri Aqua. Buschi. Siehst du? Dann haben wir den. Der ist Penking. Können wir eigentlich auch schon fast. Mammor-Rest halt nicht. Kingpaka ist danach auch bald dran. Ne, Zoe's Dungeon. Das zählt hier scheinbar unterschiedlich. Hallo, Leute. Hallo, 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 hallo. Ich hätte gerne die Pilze. Wir sind eh überladen. Ist eh egal. Alles. Okay. Was macht denn der Wolf jetzt da? Der war doch sonst nie hier. Oh, schön ist hier. Oh, hier hätte ich bauen sollen. Guckt mal, wie schön das ausgesehen hätte. Oh mein Gott. Ich will hier bauen. Verdammte Kacke. Okay, also. Geradeaus und dann wäre ich da. Magst du mit dem Pelz zur Arbeit laufen? Oh, schön, oder? Wobei, dann hast du die ganzen Peter-Leute, dass das arme Tier das nicht mag und so. Aber reiten ist dann wieder okay. Aber also halt nicht, also Tiere zu nutzen nicht. Nur, also wenn, also, weißt du. Pelz in der Ferne sind schlechten Pink. Die Pelz in der Ferne haben Lauf-PS damit wahrscheinlich das Spiel nicht ganz so sehr ruckelt. Schätze ich. Weil es eh schon ab und zu mal so einen Plopp macht. Aber die Peter-Leute frisst ja dann unser Perl. Ah, okay, okay, okay. Okay. Ähm. Was ist jetzt? Okay, so. Oh, man kriegt von den Bossen auch antike Bauteile. Oh, oh, das macht die noch attraktiver. Oh Gott, das sieht aus wie eine Teufelsfrucht. Ja, wo davon... Ja, es kann natürlich auch sein. Also man weiß nie, ne? Ich will da auch nicht ihre Leitung resumen. Ich spreche das mal ab kurz. Marinierte Pilze. Okay, wir machen Tzipiki. Okay, Lörker, hilf. Ich habe Lörker in den Eintopf gesetzt. Ich meine, vielleicht gibt das Geschmacksaroma. Die Füße brennen auch. Das wurde von oben auch mal, also wie bei einem Soufflé. Dankeschön, Lörker. Dann ein Eitier braten. Also zwei bräten. Bräter rinnen. Du schleppst so viele Gegenstände mit dir rum, die du noch zum Faul entst. Aha. Mhm, okay. Das ist, glaube ich, nur ein Melpaka gewesen, wenn ich es richtig hatte. Ich habe mir gesehen, woher es kam. Wie viel bringt das? Also es braucht eins und zwei und es braucht eins. Egal, wenn man trotzdem das... Ich habe echt zu viel Zeug, glaube ich, im Inventar, wenn ich das so... Oh nein! Verdammt! Okay, alles gut. Gar kein Problem. Wir können uns nicht mehr bewegen. Aber wen juckt das schon, nicht wahr? Deswegen der Beeren. Da muss die Beeren einfach nur weg. Die Beeren. Ich weiß nicht, ob Kochen so funktioniert, dass man einfach alles im Ganzen reinschmeißt. Aber gut. Wenn man es zu breit zerkocht, dann geht das schon. Wahrscheinlich. Ich meine, 50 Liter Rucksack kaufen. 150.500 vielleicht. Also... Ich verstehe auch nicht, warum meine Perls mich nicht... Also... Unterstützen beim Tragen. Jeder sollte so eine Tasche kriegen. Sehr gut gemacht. Wir machen noch das Spiegelei und danach packe ich die Beeren wieder rein, damit ich wieder laufen kann. Dankeschön. Ich grüße das... Nein, 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 nein. Je kleiner, desto mehr. Oh. Das war doof. Warte, kann ich irgendwas... Äh, kann ich zufällig. Nur ganz... Zufällig. Ich brauche Nägel. Dafür müsste ich hinlaufen können. Hallo? Trägst du mich trotzdem? Hallo? Hallo? Trägst du mich trotzdem? Hallo? Ich weiß ja immer noch... Oh. Okay, wartet. Ähm... Ähm... Abwerfen. Ich weiß gar nicht, was ich dem getan habe. Also... Ich mache mal die Nägel. Okay. Ich sollte das Erz vielleicht einfach irgendwo in die Kiste machen. So. Nämlich. Schön. Wie viele Beeren habe ich noch? Ich würde hier mal neue Beeren... Die haben so viele. Entschuldigung. Danke. Hallo? Hier fehlt noch ein Mehl. Ich brauche mehr Wasser. Ich brauche mehr Wasser, Leute. Ah, das ist Chillit. Wie geht es dem Chillit? Nee, das war das Chillit. Nee, das kann auch nur... Das kann auch nur Eis. Du kannst Wasser. Es wäre halt schön, Wasser mit tragen zu haben. Ah, dem geht es wieder gut. Dann nehmen wir doch... So. Du kannst auch Wasser. Genau. Ich brauche. otros...